aber was ich jetzt machen kann auf jeden fall ist holz ausgeben da fehlt übrigens noch ein stein du bist hier eingesperrt werden wir aber auch ganz leicht ändern die trainieren und ich stelle weiter holzwände auf mit dem ganzen holz das ich habe naja was erwarte ich mit der kleinen truppe da die noch nicht mal die noch immer grün hinter den ohren ist kann ich schlechten krieg gegen einen orkhäuptling gewinnen vor allem wenn es da auch noch so ein nordstarm orkhäuptling ist so ist ruhig mal was dann machen wir hier noch fertig zu so und der letzte block hier jawohl damit haben wir schon mal das erste loch gestopft den hochgang lasse ich noch eine weile offen oh hier gibt es mehr gold als erwartet gut dann werde ich mal hier unten flicken den gang dass die ecke fertig wird ach ja auch das gold gold hier vielleicht mal weg buddeln leitern für euch beide wobei die leite hier ist unnötig also ja genug stein haben wir jetzt auch mittlerweile also gebe ich meine große statue in auftrag ach warum eine was habe ich jetzt freigebuddelt da ist es das ist das genau glaubt ihr dass ich magikus einfach herkommen und tun würde wie mir geheißen hier in meinem eigenen turm ist meine macht am größten deshalb denke ich in meinen turm der macht und ich würde sterben bevor ich euch diese kugel aufladen ließe die mich umbringen würde sehr viel sinn wieso wo habe ich jetzt reingebuddelt warum zu zum geier ist hier der magikus das finde ich jetzt nicht gut wir sehen uns gleich wieder wenn ich neu geladen habe denn das wollte ich definitiv überhaupt nicht erreichen ich habe gar nicht mehr gewusst dass er dort in dieser ecke lauert nein ich werde das spiel nicht speichern ja ich werde es ohne speichern verlassen so wir sind wieder hoffentlich alle da dieser raum hier wird jetzt erst einmal gemieden weil hier unten ist der gelbe magier verborgen auch gut ja passt mal einmal nicht auf und schon passiert so ein mist so buddeln wir mal in die richtung und buddeln auch die steile hier aus der könig ist müde aber wir haben bald wieder maximales holz aber ich denke und hoffe einfach mal dass wir vorher den richtigen ort freigebuddelt haben blöd sie die forschung freigemacht haben das hat mich jetzt ganz ein ganz kleines bisschen aus dem konzept gebracht dass der magikus äh was heißt der magikus der gelbe magier uns dort schon auflauert was mich aber dazu bringt dass wir unsere armee verstärken müssen du bist da oh und ja warte mal kurz wir haben jetzt nämlich genug gold und so weiter erstmal eingelagert ich könnte mir mit dem gold ein bisschen marmor kaufen so dann könnte ich nämlich nachher dann den letzten forschungstisch bauen wenn wir schon zu viel gold haben sollten wir das auch ausnutzen so dafür zu viel holz haben immer zwei 400 aus für zwei blöcke da oben der jungzwerg glitscht durch die gegend ist das so ernst dass da unten noch mehr gold ist und turmalin warum nicht also ich glaube ich werde erstmal das loch füllen bevor ich mich auf die löcher im thronsaal stürze ja da unten da oben lacht der magikus naja sind die beiden langsamen forschende arbeit aber die bringt trotzdem ziemlich viel forschungsprodukte rein oh das ist eine etwas größere tomalinader oh das sind wieder zwei aneinander äh titan kaufen nein etwas eisen kaufen so es sind zwei tomalinadern aneinander und ja du bist ja reingefallen nicht dass du mir hier unten kochen hast so genau gehe eine runde schlafen und eine große goldader wie soll es denn anders sein kann ich ruhig noch ein bisschen mehr eisen kaufen das noch zu flicken wird lustig werden allgemein alle löcher hier zu flicken dürfte lustig werden aber ja das holz kommt rein also dürfte das kein so großes problem sein genau können wir gleich schon mal anfangen ups äh was ja klar warum nicht grabbar also ruhig noch hier ein stück runter ich glaube das hier mache ich gar nicht erst so ich mache ab hierzu aber erst mal ich das schlafzimmer fertig so dann mache ich hier mal zu auch ja und trainingsfiguren werden auch noch gebraucht natürlich so eine neue leiter es werden trainingsfiguren gebaut sehr gut so hier wird auch gerade zugemacht und ja mein thronesaal ist halt wirklich gefährlich nah an dem gelben magier ich brauche erst heroismus bevor ich da irgendwas mache in der richtung ohne viel bessere truppe so 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 so